Hallo meine Lieben. Hallo. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Willkommen bei mir. Mein Name ist Ina und ich habe gedacht, ich lese heute mal wieder etwas aus der Happiness Form. Happiness für dich, 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 für euch, alle selbstverständlich. Okay, achtsam durch den Sommer oder generell. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht und schön kuschelig. Vielleicht habt ihr euch auch hingelegt und ja, und lauscht jetzt meinem Worten. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie Orte uns berühren. Jeder einzelne Ort auf unserem Planeten hat seine eigene Geschichte. Still und leise birgt er allein die Geheimnisse von Jahrmillionen. Dennoch oder vielmehr gerade deswegen flüstert er zu uns. Ob in der Stadt, Stadt, am Strand, Strand, oder auf dem Land, Land, in einem schlichten Bauernhaus, oder einem erhabenen Dom. Jeder Ort ist durchwebt mit einer ihm ganz eigenen Energie. Diese berührt uns und kann uns im wahrsten Sinne des Wortes auch bewegen. Man nennt dieses Phänomen Topophilia-Effekt. Gehen wir ihm auf die Spur mit unseren Sinnen, unserer Intuition und unserem Herzen. Waldbad. Tief im Wald werden wir still, um der friedvollen Natur zu lauschen. Wie der Wind in dem Baumkronen raschelt und der Specht emsig klopft. Klopft, klopft. An unserem vertrauten Lieblingsort spüren wir Ruhe, Harmonie, Resonanz. Einfach sein, Seelenbaden auf unserer Sommerinsel. Gibt es da draußen einen Ort, an dem du dich buddewohl fühlst? An dem du loslassen, einfach du selbst sein kannst? Wo zieht es dich hin, wenn du einen Moment für dich allein haben magst? Oder du in Ruhe deinen Gedanken nachhängen willst? Suche diesen Ort bewusst auf, um dein Sein zu spüren, zu träumen und die heilsame Energie des Ortes zu genießen. Vielleicht magst du ja sogar meditieren, dein Dankbarkeits-Tagebuch ausfüllen oder deine Lieblings-Yoga-Übungen machen. Nimm mit, was du dazu brauchen könntest. Eine Matte, Räucherstäbchen, Tee und so weiter. Magst du auch zu Hause im Wohl, Gefühl, deines Seelenortes Baden? Mach dort ein Foto von den Gegebenheiten und stelle es in einem Raum, in dem du dich oft aufhältst. Gut sichtbar auf. Unsere Welt, ein fühlbares Abenteuer. Orte machen etwas mit uns. An manchen fühlen wir uns sofort angekommen. Obwohl wir zum ersten Mal dort sind. Andere wiederum rufen eher ein Schaudern, ein Frösteln hervor. Vor allem unangenehme Gefühle reden wir dann. Aber für gewöhnlich klein, so nach dem Motto, das bilde ich mir nur ein. Hier ist doch nichts Besonderes. Was aber, wenn dort doch etwas wäre? Vielleicht nichts, das sich mit Händen konkret greifen ließe. Kann es aber sein, dass unsere Intuition mehr wahrnimmt, als unser Verstand und unsere Augen zusammengenommen. Und dann noch etwas Besonderes.